So, hallo. Wissen Sie schon, was Sie wollen? Nee. Ich kann so lange auch ein bisschen Unterhaltungsprogramm machen. Und Sie wollen ein bisschen jonglieren zum Beispiel? Ist gut? Hallo, stört Sie das, wenn ich ein bisschen mit esse? Ja. Ja? Ja. Ja. Ich stört mich sehr. Schade. Sehr schade. Na gut, dann schönen Tag noch. Hallo. Hallo. Sie sind soweit zufrieden? Ja. Ist mir egal. Hallo. Mein Küchenchef Tashinja fragt, ob die Scheiße geschmeckt hat. Was? Da war es. Hervorragend mit der Geischen. Ja? Sag ich Ihnen so. Ja. Wieso sagen Sie denn das? Er hat das so gesagt. Sieh, 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 sieh. Na los. Nee, muss nicht sein. Kommt, alles auf Ex. Ex oder Erfurter? Nee. Nee. Und jetzt aber. Zieh, 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 zieh. Oh, der Zweier. Komm, da geht noch mehr. Können Sie vielleicht mal ganz kurz mit dem Stuhl aufstehen? Nein. Ja, das dachte ich mir, das ist mein Lieblingsstuhl. Da müssen Sie jetzt leider mal einen anderen nehmen. Warum das? Ich würde Ihnen den hier zum Beispiel empfehlen. Nee, also ich hänge wirklich an dem Stuhl. Der ist doch auch gut. Leider ist doch auch gut hier, oder? Komm, sieh zu. Obwohl, der ist von Sarah, der Lieblingsstuhl. Der bleibt jetzt hier. Das muss ich jetzt Sarah aber sagen. Dann sagt er Sarah und holt sie her. Sarah, ich hab sehr erinnert. Sarah! Zieh, 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 zieh. Kommt, Ex oder Erfurter. Hallo, der Chef hat mich gerade hingewiesen, dass Sie der 100. Gast heute sind. Deswegen, Sie haben ein kostenloses Entertainment-Programm gewonnen. Ich kann auch für Sie das nachzuckern, wenn Sie wollen. Das ist gar kein Problem. Das gehen wir hin. Ja? Ja, aber schön. Doch noch einen Tanz? Können Sie das selber jetzt reintragen? Ja, ja, machen wir das. Oh, das ist doch nicht nötig. Nein, das hat man ja gemacht. Das stellen wir hier einfach auf den Nachbartisch und dann kümmert sich jemand anderes drum. Das ist doch nicht mein Scheißproblem. Ja, also. Ja. Brauchen Sie? Ja. So, aber jetzt haben Sie noch einen Schein für mich, oder? So, junge Dame, für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt. Hervorragend, ja. Schön, dass Sie da fragen. Na, aber sicherlich. Kann ansonsten noch vielleicht für Unterhaltungsprogramme sorgen? Ja, was machen wir denn? Kann ich euch sonst noch ein bisschen kostenloses Entertainment bieten? Ähm, ich will mal gerade ein bisschen zur Ruhe. Einmal ein bisschen reinhören, erst mal. Sehr schön. Und was kriegen Sie jetzt dafür? Na, also 100 Euro mindestens. Nee, ich gebe 200. Ja? Echt? Nee. Echt? Echt hab ich nicht drin. Eine Nasenflöte. War gut? Ja. Habt ihr erkannt? Was war das? Nein, vollsichtig. Nicht? Nein. Alle meine Enten. Kenne ich nicht dazu. Nicht? Nein, ich glaube nicht. Ich mach nochmal. Ich war fünf Jahre in der Mongolei und hab das da gelernt. Okay. Hätten Sie sich für was entschieden? Äh, ich nehme einen Koppelkrieg. Okay. Ich hätte gern Birnespritz. Dann schließe ich mich gleich dran. Hätten Sie auch gern ein kostenloses Unterhaltungsprogramm? Das wäre mit dem Service inbegriffen. Und ich... Schauen Sie mal. Hier, Finger. Ab. Der kann ja zaubern. Ab. Zaubern wäre nicht. Sehen Sie das? Einfach Finger weg. Fünf Finger. Vier. Zaubern. Zaubern. Zack, da ist er. I will always love you. Da gibt es doch ganz viel, wo das herkommt. Ah ja. Cool. Neal, far, wherever you are. Brauchst du Hilfe beim Bedienen des Telefons? Nein. Ich dachte, sie wollen die schöne Musik anhören. Ach so, die ist auch schön. Ich habe im Unterhaltungsprogramm auch eigene Musik. Ach so. Ave Maria. Ich wollte den Aufenthalt noch ein bisschen besser gestalten. Bisschen Entertainment-Programm. Ja? Ja. Hast du deine Flöte auch aus dem Bombay oder? Was habe ich? Die Flöte ist die auch aus dem Bombay? Die Flöte? Nein, die habe ich ja aus dem 1 Euro Shop. Okay. Nochmal? Da ist doch ganz viel, wo das herkommt. Gar kein Problem. Ja, ja, doch. Boah. Ja? Ja. Okay. Ich lange es nur wie viel. Achtung. Ja. So, Leute, wir haben 100-Jähriges. Alle einmal Arm hoch, wer einen kostenlosen Kaffee will. Was, ey? Ja, Pech gehabt gibt es nicht. Tut mir leid. Das war's, liebe Leute. Vielen Dank fürs Schauen. Das war ein Freudenfest. Vielen Dank auch gerne an alle Patreon-Supporter. Das ist immer wieder sehr schön. Wenn ihr auf Patreon vorbeischaut, kommt ihr auch in die wundervolle, tolle Telegram-Kuppe rein. Gibt dies ganz toll alle, zauber? No. Das heißt übrigens, das ist aus Deutsch, Thüringerisch und heißt ja. Also kommt da gerne mal vorbeigeschaut. Ansonsten schaut doch mal auf den Zweitkanal, denn dann gibt es auch, wenn ihr denkt, hier kommen aber wenig Videos, dann verpasst ihr halt einfach die Videos vom Zweitkanal. Auf Wiedersehen.